Indes, so weit wie in der griechischen Reichshälfte, ging man doch in Afrika nicht. In den griechischen Provinzen des Reiches herrscht die griechische Sprache wie überhaupt im Geschäftsverkehr, so namentlich auch im Verkehr mit der Reichsregierung und ihren Beamten schlechthin. Die Münze der griechisch georteten Stadt nennt auch den Kaiser griechisch. In den afrikanischen aber nennt die Münze, auch wenn sie in anderer Sprache redet, den Kaiser oder den Reichsbeamten immer lateinisch. Selbst auf den Münzen der Könige von Mauretanien steht wohl der Name der griechischen Königin griechisch, aber der des Königs, auch eines Reichsbeamten, durchgängig lateinisch, auch da, wo die Königin neben ihm genannt wird. Das heißt, selbst die Regierung ließ in ihrem Verkehr mit den Gemeinden und den Einzelnen in Afrika das Phönikische nicht zu, wohl aber für den inneren Verkehr. Dasselbe war keine dritte Reichs-, aber eine in ihrem Bereich anerkannte Kultursprache. Aber diese beschränkte Anerkennung der phönikischen Sprache hat nicht lange standgehalten. Ein Dokument für den öffentlichen Gebrauch des Phönikischen aus der Zeit nach Tiberius liegt nicht vor und schwerlich hat derselbe die Zeit der ersten Dynastie überdauert. Wie und wann die Änderung eintrat, wissen wir nicht. Wahrscheinlich hat die Regierung, etwa Tiberius oder Claudius, das entscheidende Wort gesprochen und die sprachliche und nationale Annexion der afrikanischen Phöniker so weit vollzogen, als dies durch die Staatsgewalt geschehen kann. Im privaten Verkehr hat das Phönikische sich noch lange Zeit in Afrika behauptet. Länger wie es scheint, als in dem Mutterland. Am Anfang des dritten Jahrhunderts sprachen Damen der vornehmen Häuser in Großleptis so wenig Latein oder Griechisch, dass ihres Bleibens in der römischen Gesellschaft nicht war. Noch am Ende des vierten stellte man in der Umgegend von Hippo Regius nicht gern Geistliche an, die sich mit den Landsleuten nicht auf Punisch verständigen konnten. Diese selbst nannten sich damals noch Kanaiter und punische Namen und punische Redensarten waren noch geläufig. Aber die Sprache war aus der Schule und selbst aus dem Schriftgebrauch verbannt.